hey leute und willkommen zu einer neuen folge minecraft bad wars mit mir dem torben und ich bin heute auf der map rummel größte firma 3 genau und ich wollte jetzt schön sagen der flori ist mit mir am start weil ihr habt euch gewünscht dass ein anderer dabei ist also ich weiß nicht ob es euch gewünscht habt aber bestimmt habt ihr euch gewünscht weil ich euch kenne nehmen wir den floh nehmen wir den floh der ist auch mal nicht mehr dabei richtig ist ist ganz toll dann ist ganz toll soll man es erst mal nicht hochbauen weil die an uns aber wir müssen das erste gold holen das ist wichtiger dann haben wir ja spring spring ja ich komme okay ich bin dann schon mal hoch okay ja warte lassen wir noch meinen fluchtweg ich habe keine spitze oder so kannst du auch keine blöcke mehr doch das passt dann aber ich will noch eine fuche ich brauche nur noch eine fuhr aber da kommt team grün an und mit dem shirt da ist die fuhre nein frag ich habe mein mikro getötet floh was hast du getan ich werde nie wieder zurück kommen okay ich komme doch zurück alles gut nein floh ich bin am arsch ich bin in der mitte und habe keine blöcke mehr und stehe hier irgendwo mitten in den so fahnen drin ich brauche deine hilfe ich bin gerade gestorben ja dann bringen wir ganz schnell blöcke in die mitte ja da könnten gleich zwei grüne kommen ja das ist wichtig ich habe acht fucking gold ja ich bin gerade die ruhe selbst aber ich komme aber alter da muss ich mir gut auch noch sagen dass es bei mir steht gerade erst du bist online wo bist du denn in der mitte irgendwo hier ist mir ein sneak einmal guck mal schnell einer baut sich ja ich bin gestorben ach du bist da oben ja sicher sagt das doch ich hab dich jetzt gesehen wir brauchen ganz schnell sachen ganz schnell außerdem muss ich mein bruder sein dass sie die scheiße dahinter machen muss ich gerade bemerke dass ich eine außenrum baut ja das ist ja bring mir jetzt schon die blöcke damit ich einen bogen kaufen kann damit wir den abschießen können damit ich mein bruder sein kann er soll die scheiß musik leise machen ja einfach mal seit langem wieder aufkommen in der runde und dann skinn bei mir wow dieses freaking amazing this is so amazing i don't know what to say okay ich bin mal ganz den anderen bogen ich bin mal ganz kurz weg ja hier kauf schon mal zwei guck mal ja warte 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 nein hier ja okay ich sag mal ganz kurz hier soll leise sein bitte mal gucken ob ich das hinterher rauspegeln können so wo bist du am start neiser dice plus aber ich glaube die roten haben auch irgendwie aufgehört sich von außen zu uns zu bauen ja diese doch tot deswegen wahrscheinlich auch das könnte natürlich ein grund sein aber vielleicht will das ja irgendein anderer übernehmen was habe ich denn hier für anzeigen so torben dann hol dir mal deinen bow ab sind bei dir sind bei dir auch solche untertitel auf den ganzen sachen untertitel nur dieses goldschot level 2 und ein shop im shop wenn du dann auf zum beispiel ja und spezial nette sachen die man sich ja mal brauchen können ja genau das ist neu gemacht worden für mich von unnötig aber wurde neu gemacht okay darauf habe ich noch nie geachtet ist auch noch nicht so lange ja gib mal den bau ein zwei wochen machte ich brauche noch drei eisen dann bin ich bereit für den kampf ist bereit ich bin bereit 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 oder ein paluten ohne unser typ wurde getötet ohne das ist so cool hast du noch ein eisen alles prima alles danke für die information da liegt einfach genau ein eisen drin das habe ich auch da reingelegt ja du bist aber heute mal großzügig hat er ist glaube ich eine falle gelaufen also da wurde der ist runtergefallen der blaue das ist ein kleiner zigeuner froh dass man die mitte halten okay das einfach mal runter stürzen zu zweit ja die mitte holen uns 3 2 1 los los attacke da ist nur ein guter der gerade gekämpft hat junge und dann denken so ein oh mein gott so eine konto eine no hit combo alter jetzt übernehmen du nimmst blau ich nehm grün ich baue mich aber dafür hoch ich nicht hier unten ist es schwieriger wichtig ist dass du jetzt auf blau aufpassen wenn du dich hoch boss auch ach so ja du hast ja eine treppe da du musst dich hoch bauen doch keine treppe nee aber grün hat einfach nur ein weg und blau hat eine treppe hoch soja grün hat einfach so einen chilligen geraden weg dem man gut überwachen kann grün hat einen bogen gut zu wissen da müssen wir ja das ist doof wie haben die das gemacht er wird sich das außen lang das nicht haben der wird sterben weil er keine kipp hat doch denke ich das ist gut habe ich ja da 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 wir lassen jetzt einfach nicht mehr die mitte equipment dick und dann war es das oder eine grüne will ein bisschen stress hier und nein flo guck mal kannst du im kicken den eigenen grünen also runterschießen der baut ja gerade so eine hässlige wand auf ok hab ihn alles gut alles easy das wäre nicht so praktisch so groß so groß sie sich muss mäßigen dieses zu klus und ich weiß jetzt nicht ob das der typ mit dem bogen war ich denke aber nicht der wenn ich so offensiv dran gegangen glaube ich nur einen bogen haben aber eigentlich ist auch die getroffen ach sie sind zu dritt ja stimmt willst du dir zwischen euch mal gold das nicht alles und so mache ich mache ich mache ich mache ich oder moment ist unser team ich habe 16 16 irgendwie in unserer base der deck bestimmt team rot genau dem moment jetzt da beides mal einen blocken und ich schieße gegen diesen block ich wette unser mate bekämpft die base von team rot der hat sich extra so eine sandstone endstone wann gebaut ich sehe es was will denn damit als ob noch mal jemand in unsere base will auch irgendwie so eine base alles klar und wir sparen einfach wir sparen wir sparen einfach auf stärke und länder ja und wirst du bestes schwert auf eisenschwerter beste bürgen brauchen wir gar nicht unbedingt wenn wir dahin wandern weiß gar nicht in der base band kein gold nein oder vielleicht in irgendeinem secret bord maybe ich glaube flo ist gerade weg aber bild kommt bestimmt gleich wieder hoffentlich sonst lässt er mich hier alleine nice der wand er kämpft noch alles gut vielleicht kann ich den da sogar noch holen schade der ist gerade um die ecke gebogen als ich ihn holen wollte ich habe gar nichts gehört ich habe tatsächlich nicht mit dir geredet tatsächlich weil ich wusste dass du dich gemütet hat ist und ich habe nur gesagt dass ich den blauen die du da bekämpft ist fast noch gekriegt hätte ich auch noch fast ja das weiß ich aber ich hätte also ender perde kostet 13 das heißt 26 stärke 3 7 das heißt noch mal 14 das heißt ich brauche insgesamt 40 und ich habe 28 also 50 holy shit wir sind ganz schön teure boys alter der gelbe versucht jetzt glaube ich unser medi kannst du mir alles wir machen wir machen das eingespielte team nehmen auf ok ja zwei gold zwei gold kriecher von mir blau wenn er wenn ich habe in zwei gold für ein adels grüner was macht er hier ok ist das sehen ja wird sagen wir gehen erst auf blau ja weil die besser kürzeln ja keine ahnung also grün hat jetzt wieder folgt man nicht mit einem bogen auf mich geschossen oh was ich habe übrigens zwei gold für den bogen gegeben damit er den bogen hat und auch verteidigen können hier ein bisschen ja ja 36 habe ich das heißt noch 14 das läuft schon da kommt einer von grün das aber nicht nett flog kriegst du den irgendwie von der seite kriegst du den einen bei grün hinter seiner mauer die er da gebaut hat ganz vorne wenn du ihn einfach von der einen seite bombardierst genau gut es braucht ein dach pass auf flog kein risiko an der hat der wird sich opfern gut er hat kein bett er hat noch ein bett ok happy jetzt zurück ja sicher habe ich doch gesagt ich habe ihn ich habe mit dem bogen drauf gespammt so ich glaube es ist gleich soweit 44 habe ich noch sechs noch anderthalb fuhren dann können wir loslegen und gucken ob meine rechnung funktioniert hat und wir brauchen noch zwei gold mehr für eisen spitz spänzern spick sacczecox spick lace måste wo ich diese kore schon wand gearbeitet sind und ich podem up das hast du gut erkannt dies ist spielen weil irgendwie habe ich das finde ich voll du kannst betten nicht mehr brauche ich gar nicht packen weil turst nicht immer voll falsch nein aber nicht doch meinmann hat die seine zeit hier so eine fuhre habe ich schon mal 48 noch zwei kommst du mitte doch wie heißt der ist oder kommen grüner nein ja er hat ihn einmal zweimal dreimal viermal fünf war ja ich habe mit drauf gespammt und dann kam der gerade in meine schusslinie pass jetzt auf lol that was fast ja drei bogen haben wir drauf gespammt der war in 0, nix weg best du just play hast du ja ne gut das wird auch vorausgesetzt in der kriegsführung die ich betreibe eisenschwerter das ist richtig meine richtung ist tatsächlich genau aufgegangen zwei gold habe ich über ja die brauchen wir für spitzhacken ach ja das ist ja prima du das geht ja genauer auf das freut mich so dann kann ich die auch hier lassen soll ich noch heilungs tränke holen ja und schnelligkeit okay ja der eine passt sehr gut auf grün auf diese alter gerade in die mitte gekommen ich habe gerade vollstand bilden heißt soll ja eine sich so eine komische basis guter mann dann ist das gar kein problem dann wird es auch verziehen jetzt habe ich weitere 5 gold so ich bin equipped ich komme nicht mal unser mate hier ist noch ein gröner torm hilfe hilfe ja renn weg renn weg renn weg renn um die base ach so nirg er trägt sich aus er trägt sich aus fuck floren ich komme renn zurück renn ja ja hier 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 ja ich kann ja ich lege dir deine ganzen sachen hin und der noch okay ich bin bereit ready to rumble wie passt denn der auf grün auf ich mich auch gerade haben die wieder hier hässliches ding aber ich dachte erst kommt der eine durch na und dann steht auf einmal noch so okay lass uns team du hast jetzt mir keine spitzhacke gegeben ach so ja die habe ich noch dabei komm runter komm her hoch komm hoch hier können wir besser werfen okay wenn es unbedingt sein muss zack so wo ist ach was habt ihr denn hier gemacht alter er so hier deine spitzhacke ich weiß gar nicht was grün heißt alter die kommen durch einer ist unten in der mitte was macht er er rasht einfach er geht drauf locker als ob der einer ist unten in der mitte die müssen uns holen der ist da hinten den hole ich mir passt du einfach auf grün auf okay ich weiß dass der hier irgendwo ist das niekt hier aber ich kann hier nicht voll drauf gehen ich habe keine rettungsversorgung oder so einer ist bei rot ach das ist der das ist der boy der wird gold haben der wird ja der wird gold haben machen was macht er denn aber ist noch nicht drauf gehen wo ist er denn nicht der rennt grad durch der ja jetzt wird er gesehen also ist der dumm sei das sind für eine yolo aktion ach schon ein grüner voll equipped ok habe ich gar nicht geschaut habe nicht ich habe ihn auch einmal ich will mir eigentlich den grünen der bei rot ist holen der muss eigentlich drauf gegangen der grüne bei rot muss eigentlich entfernt werden jetzt eigentlich zu blau gehen ja aber ich nee wir müssen ja naja ist flor wichtig ist dass wir die mitte halten weiterhin er hat das spiel verlassen ich tötte jetzt den grünen bei rot wenn du die mitte weiter hält es kurz ja ok hab den grünen bei rot der kann uns nicht mehr gefährlich werden so das bett von team blau ist weg schön der hätte vielleicht auch noch mal kämpfen können wahrscheinlich wollte er nur einen den kill nicht hast du gerade auf grün auf ja gut sind die drei noch in ihrer base glaube einer also zwei sind auf jeden fall die dritten habe ich schon länger nicht gesehen ja okay das gold wurde hier noch nicht mitgenommen also ich denke schon seien die nehmen nicht den gang durch die gold kann man was ziemlich unklug wäre ich habe schon wieder 19 gold sagen sie sonst ja ich habe den einen grünen eben auch schon nicht gesehen war ein bisschen creepy aber irgendwie ist der mir auch egal so blau rück blau rück langsam vor wie ich sehe ja wie machen wir das jetzt ist jetzt die frage die frage ist wieso wie soll jetzt genau wie soll jetzt vorgehen dann ist das problem wir haben kein ich würde ganz ich wäre ganz ehrlich dafür dass wir jetzt schnell während der eine noch ja wir müssen wir müssen auf team blau aufpassen die können sehr schnell gefährlich werden eben der eine hat sich jetzt leider ihr seid lustig alter team report ban ausrufezeichen full hd 30 seiten report hier lustige typen wir versuchen das öko ok flo pass auf blau auf wir ficken die jetzt das geht mir auf den sack wir versuchen das schaffen das aber nicht ja was soll passieren ich beobachte dich ins fantech nur du bist in deiner base du kannst mich hier keine psychospielchen treiben ein grüner rückt ein grüner rückt ein grüner rückt vor und schien richtig geschrieben ja glaub schon zwei grüne rücken glaube ich vor ich mache ich mache ich glaube ich mache gleich einfach deren wettflor ich habe eine optimale grün auf haben die bogen nee oder nicht haben die haben auch kein bogen deswegen du kannst dich auch zu den rüber bauen ach so stimmt ich fange damit mal an hallöchen blau versucht geld fokus uns ja auch ja was bleibt uns denn übrig ihr seid die einzigen mit im bett das ist wieder die logik dieser spieler die einfach nicht nachdenken solche zwölfjährigen also nicht dass hier zwölfjährigen die nachdenken aber na egal ich glaube es gibt auch gut die fokus nutzt wie kann das sein da ist ein grüner da unten den weiß ich doch den schieße ich die ganze zeit ab weil ich muss auf blau aufpassen ich pass darauf auf keine sorge ich pass darauf auf also falls es nötig wird trink deinen stärketrank oder macht man eine ender perle gebrauch falls du fliehen musst fliehen fliegen wäre toll dann wäre ich ein hacker und würde aber hier sind doch tüfte oder ecker sind die besten kannst du den einmal abschießen den grünen der hält nur noch einen bogenschuss aus ich weiß nicht ob ich gerade treffen kann okay ich gehe da jetzt hin floh wenn du den grein ein grün von mir abhält das wäre cool also musst du nicht nein mach es nicht mach es nicht pass auf du musst nur ab und zu mal gucken dass sie nicht hinter dir steht das wäre doof ja eben ich muss gerade auf beide teams aufpassen ach da hinten ist der andere grüne der ist irgendwie außer sichtweite afk oder so das problem ist dass wir jetzt auch noch einen oberen weg hier geschaffen haben und achtung da kommt einer boah danke für die warnung alter der hätte mich richtig überrascht und er gibt mir aber ich habe ihn alles klar heilungstrank gar kein problem ich glaube der einen grünen hat sich wieder zurückgezogen kann das kann sein glaube ich genau so schreibt man das wenn man dumm ist ich will jetzt natürlich nicht behaupten dass du dumm bist oder so aber irgendwie irgendwie schon ach du kacke wir haben wir nein flot ist doof dass ich jetzt so eine falle ausgelöst habe ich sehe gar nichts mehr wenn wenn ja wenn der jetzt kommt dann wäre das doof nein warte noch nicht oder ist er erst da ich habe ich habe ihn in sein bett gekickt der ist jetzt einfach in seinem bett nein okay jetzt kommen jetzt kommen sonst ist zu spät ganz schnell an der eis gut alles gut alles gut nein komm 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 schnell für beeil dich töte den da am bett töte den am bett nein am bett da ist ein voll equipt da ja mach ja irgendwo da das liegt da gut ja ich habe ein paar mal gehtet okay und dann müssen wir ganz schnell wieder in die mitte okay nein los 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 der ist afk wir müssen die mitte die mitte ist zu spät aber die haben keinen bogen los schnell die haben richtig viel gold flow wir müssen die überraschen so schnell wie möglich hinterher und töten also wenn die sich kaufen gleich töte ruhig den der afk ist oder ne macht nicht macht nicht ja der wird uns schon kein problem sein okay ich bin in der mitte vergiss nicht wir haben den stärke buff voll drauf gehen okay der rennt zurück vielleicht krieg ich ihn nein ich bin zu dumm ich bin offiziell zu dumm was komm ab in die blaue base flow ab in die blaue base direkt durch das ist doof immer löse ich solche scheiß traps aus flo gut ja wir können beide überraschen benutzt die ender perle falls ist nötig ist brauche ich einfach durch wird aber richtig surprise der andere ist da hinten nur noch einer rennen wir zurück in die mitte den hole ich mir da was okay du ah das ist ja hier ich hinter dem baum wo ist er ja hast du kriegst du den nice los weiter 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 der letzte ist glaube ich zu team rot gerannt rot ich habe auch noch mal 19 ok dann holst du den besten bogen ich hole mir neuen stärketrank und ich hole mir noch den zweitbesten bogen einfach damit ich mehr schaden mache und ich hole mir auch noch so eine rettungsplattform falls ich sie mal brauche ok los geht's ich noch 9 diese fallen das ist echt das gemeinste überhaupt pass auf dass er jetzt nicht unterschied ist halt eine rettungsplattform bereit ja gut aber der hält nur 15 sekunden obwohl der manchmal glaube ich ganz der ist da der ist da sobald string stärke sobald hat ja okay egal dann einfach der checkt ist einfach gar nicht der checkt ist einfach gar nicht ach ja 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 wenn du ihn kriegst das war gefährlich hast du die rettungsplattform gesetzt ach so nein ich lass ihn dir ich will nur gucken wo er ist der hat sich da ja eingebaut ach so ne ne ich hab's geschafft ja dann wäre es dann falsch schreiben ist er weiter ja leute richtig 25 minuten ist eine schöne folge vielleicht schafft ihr 120 likes für diese runde mal wieder mit floh das wäre tafte falls ihr nichts mehr verpassen wollt und bock auf mehr berufs videos hat von uns allen dann könnt ihr auch gerne abonnieren wir würden uns freuen dann kriegt ihr nämlich immer so eine kleine benachrichtigung wenn wir neues video hochklammern dann würde ich sagen haut rein bis zum nächsten mal und tschüss